So, nach 5 Stunden Videounterricht, Frontalunterricht, sind Schüler völlig frustriert oder abgelenkt und gelangweilt. Das wollen wir nicht, deswegen brauchen wir auch Gruppenarbeiten, genauso wie im normalen Unterricht. Und da gibt es einen neuen Knopf, den will ich erklären. Dann erkläre ich auch, wie das mit den Kanälen ging. Das war das alte System. Und zum Schluss noch nicht stumm schalten lassen, also der Chef im Ring bleiben und wie das Whiteboard funktioniert. Also der neue Knopf auf jetzt besprechen, klicken und dann ist der Knopf hier. Und wenn er nicht da ist, dann seid ihr vielleicht im Browser. Da geht es noch nicht. Also es geht auch in meiner Linux-Geschichte nicht, aber auf Windows 10 am runtergeladenen Teams, da erscheint dieser Knopf. Also wer den am Browser verwendet und diesen Knopf nicht findet, der kann es ja mit den Kanälen machen. Gut, also da draufklicken. Und dann, ich mache das immer mit automatischer Stellen. Ich sage, wie viele Räume brauche ich, 5 Räume und automatisch zuweisen und dann Raum erstellen. Und dann werden die in Gruppen geschmissen und es geht sehr flott. Ich habe hier, damit es wirklich geht, noch auf diesen Knopf Raum starten drücken. Habe ich beim ersten Mal auch nicht gefunden, aber Schüler haben es mir erklärt. Und sobald es hier grün ist, sehe ich dann, bei mehreren Schülern gibt es ja mehrere Räume. Die sind geöffnet. Das läuft. Die reden, die machen meinen Arbeitsauftrag. Und wenn ich da draufklicke, öffnet sich nochmal was. Und dann kann ich den Raum auch betreten und dann in der Doppelstunde von Raum zu Raum gehen und mit den Schülern in kleinen Gruppen reden. Finde ich sehr schön. Ja, also man hat einen ganz anderen Kontakt, wenn das nur eine kleine Gruppe ist. Ja, okay. Umbenennen und so weiter brauchen wir nicht. Schließen geht hier. Aber eigentlich, der schöne Knopf ist dieser Knopf. Da kann ich nämlich am Schluss der Stunde sämtliche Räume schließen. Die Schüler werden wieder in den großen Raum geworfen. Und ich kann die Ergebnisse im Plenum bearbeiten und mich vor allem schön verabschieden. Wie bei einer normalen Unterrichtsstunde. Gut. Wenn ich ein größeres Projekt habe. Also da habe ich jetzt eine feste Gruppe und die sollen nicht eine Stunde lang, sondern eine Woche lang an einem Text arbeiten. Oder die sollen eine gemeinsame Präsentation erarbeiten. Dann mache ich die Gruppenarbeit, glaube ich, auch in Zukunft über die Kanäle. Und zwar läuft es dann so. Ich habe hier mein Mathe-Team und dann habe ich hier Gruppe ABC als Kanäle angelegt. Also ich muss hier auf die drei Punkte Kanal hinzufügen. Und das Schloss heißt, das sind Kanäle, bei denen ich festgelegt habe, wer dabei ist. Also ich mache hier, schreibe ich Gruppe A, Gruppe B und dann nicht Standard, sondern klicke da drauf und dann Privat. Und dann sage ich, welche drei, vier Schüler sind in dem Kanal Gruppe A dabei. Das kann ich festlegen. Und wenn die Schüler in diesem Gruppe B Kanal zum Beispiel sind, können die selber eine Besprechung starten, haben hier einen schönen Chat und auch die Möglichkeit, hier für ihre Gruppe Dateien abzulegen. Das finde ich jetzt sehr praktisch. Also für ein größeres gemeinsames Projekt. Und die können die Besprechung auch am Samstag mal starten, wenn sie am Montag irgendwas abgeben müssen, zum Beispiel. Und deswegen eben, also für die großen Aktionen die Kanäle. Gut. Dann noch das Notizbuch. Ich liebe das. Und mache nochmal Werbung, wenn man unter Allgemein ist. Und hier Kursnotizbuch. Bei Kollaboration kann man Seiten starten, bei der jeder Schüler was reinschreiben kann. Also mein Unterricht, der ist unter Inhalt und nur für Lehrer, da könnte ich Privatnotizen reinmachen. Und hier sind Schülernamen, dann kann ich zu zweit mit einem Schüler arbeiten. Also Inhalt, also Unterricht heißt nur, ich darf schreiben, die dürfen lesen und die können nichts verändern. Kollaboration, logisch. Das Schöne ist, Schüler mit Tablet und Stift können hier schreiben. Und andere können aber ganz normal Texte tippen oder auch Fotos einfügen. Das heißt auch Dinge, die sie auf Papier geschrieben haben, per Foto einfach reintun. Damit sind auch Papierschüler nicht benachteiligt. Und sonst gibt es hier die Dateien, so wie immer. Unter Dateien kann ich ja Word, Präsentation, PowerPoint, Excel, alles machen. Ja, wer am Handy, manche Kinder finden am Handy die Gruppen nicht. Da gibt es hier dieses Dreieck, dieses Symbol, da müssen sie draufklicken und dann klappen sich die ganzen Gruppen aus. Und dann finden sie es. Mein Tipp jetzt noch, ich gehe, wenn ich zu Hause bin, mit mehreren Geräten rein. Also Lieblingsgerät ist Tablet mit Stift, dann kann ich da schreiben. Und am Laptop sehe ich, wer teilnimmt und wer sich meldet und so weiter. Ja, das funktioniert so lange, alle zu Hause sind, funktioniert es wunderbar. Wenn ich einen Teil in der Schule hätte, dann hätte ich das übliche WLAN-Problem, Netzproblem. Internet anschulen ist ein Drama. Das nicht stummschalten lassen, doch schnell nicht auf die drei Punkte klicken. Dann klappt sich was aus und dann geht es um die Besprechungsoptionen. Da klicke ich drauf und hier, wer kann präsentieren? Nein, wenn da nicht jeder präsentieren kann, sondern ich, dann können die wahrscheinlich kein Referat halten, aber die können mich auch nicht stummschalten, ich bin immer der Boss. Das kann man auch schon im Vorhinein machen. Wenn ich die Besprechung schon einen Tag vorher plane, dann erscheint hier sowas, dann klicke ich da drauf. Dann Besprechungsdetails anzeigen, dann Besprechungsoptionen anzeigen. Dann wieder, wer kann präsentieren? Nur ich. Ja, dann geht es. Dann bin nur ich das Tipp. Whiteboard. Der Knopf ist dieser Knopf, also das ist eigentlich am Anfang so und dann klicke ich drauf und dann kann ich in Whiteboard starten. Das ist für Gruppenarbeiten ganz gut. Dann kann ich schnell mal was erklären mit Tablet und Stift. Oder eben, ich teile hier den Bildschirm-Desktop und dann sehen Sie meinen ganzen Bildschirm. Gut, und dann hoffe ich, dass ihr auch mal die Gruppen-Tente, die meisten von euch machen es eh schon, das mit den Gruppen-Testen wünscht. Viel Erfolg, viel Spaß. Für dich, viel Spaß. Für dich, viel Spaß. Vielen Dank.